Am nächsten Morgen drehte sich Sasuke in den Armen von Naruto ein wenig herum und kuschelte sich an seine Brust. Irgendwie fühlte er sich in dessen Armen wirklich wohl und er wollte sein Leben in diesen Armen verbringen. Wie es genau weitergehen sollte, wusste er aber auch wieder nicht. Sollte er jetzt hierbleiben, bei seinem Bruder, der ihn gerettet hatte und offensichtlich wirklich nur das Beste für ihn wollte? Oder sollte er mit Naruto zurück zu den anderen gehen und weiter versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen und sein Leben in die eigenen Hände zu nehmen? Über sowas machte er sich sogar Gedanken, wenn er noch im Halbschlaf war, und müde rieb er sich über die Augen und gähnte etwas. Als er bemerkte, dass Naruto schon wach war, errötete er etwas. Irgendwie hatte er nicht damit gerechnet, dass er ihn noch immer in den Armen halten würde, wenn er wach wurde. Aber Naruto hatte ihn auch nicht loslassen wollen. Und aus dem Grund lagen die beiden jetzt ruhig da und schmusten miteinander. Naruto fühlte sich schrecklich wohl mit dem Kleinen in seinem Arm. Und am liebsten hätte er Sasuke sein ganzes Leben lang so festgehalten. Es war ihm so wichtig. Und Naruto war sich sicher, dass er für den Ushia sowas wie ein neues Leben anfangen wollte. Mit einem Mal war er sich sicher, dass er nie wieder mit anderen Menschen schlafen wollte. Mit keinen anderen Männern als mit Sasuke. Und aus dem Grund wollte er seinen Job auch aufgeben. Zwar war sich Naruto noch nicht sonderlich sicher, wie es weitergehen sollte, aber er wollte nie wieder mit irgendwelchen fremden Männern für Geld ins Bett gehen. Sasuke hatte sich ebenfalls über seine Zukunft Gedanken gemacht, und während er so da lag, seufzte er auf. Damals war er vor seinem Bruder weggelaufen, weil er sich bei ihm nicht mehr wohlgefühlt hatte. Aber jetzt war er sich wieder sicher, dass Itachi ihn doch irgendwie lieb hatte. Auch wenn er sich manchmal nicht so benahm. Irgendwie war das zwischen ihnen seltsam. Und Sasuke war sich nicht sicher, warum sein Bruder sich so komisch benahm. Aber wichtig war doch eigentlich nur, dass er ihn irgendwie gern hatte. In den letzten Wochen hatte Sasuke immer mehr daran gezweifelt. Und ihm war klar geworden, dass sie wohl wirklich mal mehr miteinander reden mussten. Leise seufzte er auf und kuschelte sich an Naruto heran. Du, Naruto, ich... ich hab nachgedacht, flüsterte er leise und Naruto sah ihn blinzelnd an. Es kostete Sasuke ein wenig Überwindung, aber dann nahm er sich ein Herz und brachte das über die Lippen, was er sich so überlegt hatte. Ich... ich möchte wieder nach Hause. Und ich möchte, dass du mitkommst, muschelte er leise. Naruto blinzelte ein wenig und wusste nicht, was er sagen sollte. Aber dann schmunzelte er. Du willst also, dass ich mit dir hier einziehe? Bist du dir da sicher? Schnell nickte Sasuke und er drückte sich mehr an Narutos Brust. Natürlich bin ich mir da sicher. Mein Bruder hat dich um Hilfe gebeten, also muss er dich mögen und ich glaube nicht, dass er was dagegen haben wird. Und ich möchte nicht mehr, dass du ständig auf der Straße stehst und deinen Körper verkaufst, murmelte er leise und seufzte dann auf. Ich... ich find's halt nicht schön, wenn du immer wieder mit irgendwelchen Männern ins Bett gehst und du weißt doch gar nicht, was die für Krankheiten haben und was dir da alles passieren könnte. Ein wenig musste Naruto schmunzeln. Er fand es niedlich, wie sich Sasuke Sorgen um ihn machte und er hatte sich wirklich in ihn verliebt. Dass er da einfach so bei ihm einziehen konnte, war ja sowas wie ein Glückstreffer. Aber er hatte sich ebenfalls entschieden, ein vollkommen normales Leben führen zu wollen und erst einmal seine Schule zu beenden und dann eine Ausbildung anzufangen. Damals hatte er einfach alles abgebrochen und war von zu Hause abgehauen. Aber jetzt konnte er sich vielleicht endlich mal wieder auf das konzentrieren, was ihm wichtig war. Und wenn er dabei an Sasukes Seite bleiben konnte, hatte das alles sowieso positive Auswirkungen. Sanft schmuste er sich an Sasuke und lächelte dann sanft. Wenn du möchtest, werde ich bei dir bleiben. Aber wir sollten erst einmal deinen Bruder fragen, meinst du nicht? Ich weiß ja noch nicht, ob der davon so begeistert sein wird. Entschlossen krabbelte Sasuke aus dem Bett, so wie Gott ihn geschaffen hatte, und grinste. Na, ich werde ihn einfach fragen, meinst du nicht? Naruto musste leise lachen und räusperte sich ein wenig. Sanft packte er Sasuke an der Hüfte und zog ihn wieder zu sich ins Bett. Er drückte ihn in die Kissen und legte sich über ihn. Leise hauchte er ihm dann ins Ohr. Dann solltest du dir aber erst einmal was anziehen. Aber das kann doch jetzt auch noch ein bisschen warten, oder? Erst wusste Sasuke nicht, worauf Naruto hinaus wollte. Aber als er dessen Hände auf seinem Körper spürte und Naruto an seinem Hals knabberte, musste Sasuke grinsen. Du kriegst wirklich nie genug, kann das sein? Flüsterte er leise und Naruto kicherte. Von dir? Nie. Zwei Stunden später schaffte Sasuke dann doch endlich mal aus dem Bett und unter die Dusche. Jetzt musste er sich nur noch etwas anziehen, was ebenfalls nicht sehr lange dauerte, und er sah Naruto nach, der dann erst einmal ebenfalls im Bad verschwand. Leise seufzte er auf, denn er wusste wirklich überhaupt nicht, wie sein Bruder wohl darauf reagieren würde, wenn er ihn bat, dass Naruto bei ihm einziehen sollte. Aber er wollte es auf jeden Fall versuchen. Und wenn Itachi Nein sagte, dann konnte er immer noch mit dem Blonden zurückgehen und bei ihm bleiben. Von Naruto würde ihm auf jeden Fall nichts und niemand mehr trennen. Da war sich Sasuke sehr sicher. Also nahm er sich ein Herz und klopfte bei Itachi an die Tür seines Büros. Kann ich reinkommen? Nuschelte er leise und steckte den Kopf durch die Tür. Itachi saß wie immer hinter seinem Schreibtisch und sah blinzelnd hoch. Klar, komm rein, kleiner Bruder. So hatte Itachi ihn wirklich lange nicht mehr genannt, und Sasuke musste irgendwie lächeln. Seine Entführung hatte wohl bei beiden etwas ausgelöst, und darüber war er irgendwie richtig froh. Als er die Tür hinter sich schloss und es sich auf dem Sessel gegenüber von Itachi gemütlich gemacht hatte, ahnte der schon, worum es ging. Ich, ähm, also ich habe mich gefragt, ob es vielleicht für dich in Ordnung wäre, wenn Naruto hier einziehen würde. Meinst du, das würde gehen? Nuschelte Sasuke leise und fühlte sich gerade wie ein kleiner Junge, der jetzt darum bettelte, vor dem Essen noch ein Eis zu bekommen. Itachi hatte natürlich längst verstanden, was zwischen den beiden gelaufen war, und im Grunde ging es ihm überhaupt nichts an, mit wem sein kleiner Bruder sich vergnügte. Auf der anderen Seite war der Kerl bestimmt nicht der Umgang, mit dem er Sasuke sehen wollte. Jedenfalls hätte Itachi das gesagt, bevor er Naruto besser kennengelernt hatte. Jetzt wusste er, dass Naruto jemand war, auf den man sich verlassen konnte. Und aus dem Grund musste Itachi grinsen. Du möchtest wohl deinen Freund bei dir haben, was? meinte er und musste lachen, als Sasuke knallrot wurde. Du hast das mitbekommen? nuschelte er leise und Itachi nickte. Er war ja schwer, das nicht zu bemerken. Aber lassen wir das mal außen vor. Das ist ja deine Sache. Von mir aus kann er ja einziehen, wenn er das möchte. Sasuke wusste überhaupt nicht, was er sagen sollte. Und aus dem Grund blinzelte er nur ein bisschen. Dann breitete sich auf seinen Lippen ein glückliches Lächeln aus und er fiel seinem Bruder um den Hals. Danke, Nisan, flüsterte er leise. Und Itachi war glücklich, dass die Bindung zwischen ihnen endlich wieder besser geworden war. So wie es vorher war, so hat es ja auch nicht weitergehen können. Anscheinend hatte diese Entführung wirklich etwas für sich gehabt. So hatte er Sasuke endlich zeigen können, wie sehr er ihn liebte und wie wichtig sein kleiner Bruder ihm trotz allem gewesen war und noch immer war. Sanft drückte er den Kleinen an sich und Sasuke ließ sich auch eine Zeit lang dazu überreden, sich umarmen zu lassen. Aber dann löste er sich von Itachi und strahlte regelrecht. Ich werde da mal hochgehen und Naruto davon erzählen. Und dann werden wir seine Sachen holen, ja? Und wir müssen ihn bei der Schule anmelden. Das muss er ja auch noch weiter machen. Itachi lächelte und beruhigte seinen Bruder ein wenig. Jetzt komm mal langsam wieder runter. Und dann werden wir sehen, wie wir das machen, okay? Eins nach dem anderen. Ich werde mich um die Schule kümmern und du sorgst dafür, dass er mit seinen Sachen hier ankommt. In Ordnung? Natürlich war das für Sasuke in Ordnung. Denn er wollte wirklich nichts anderes, als sich um Naruto zu kümmern. Und um die Sache mit der Schule, ja, da kannte er sich generell nicht so gut aus. Und schnell flitzte Sasuke wieder nach oben, um Naruto davon erzählen zu können, dass er bleiben durfte. Auf dem Weg zu der kleinen WG musste Naruto immer wieder schmunzeln, weil sich Sasuke freute wie ein kleiner Junge. Und er freute sich genauso. Er würde endlich wieder ein normales Zuhause haben. Und er würde sich endlich wieder in ein normales Leben einfinden. Es würde ihm auf jeden Fall nicht leicht fallen. Da war er sich sicher. Schließlich war er vor seinen Eltern davongelaufen. Mit denen konnte er vielleicht irgendwann wieder Kontakt aufnehmen. Wenn die nämlich die Polizei eingeschaltet hatten, dann würden die ihn natürlich finden, sobald er sich an eine Schule anmeldete. Aber jetzt wusste er ja, dass er Sasuke an seiner Seite hatte. Und er wollte bei ihm bleiben, egal was für einen Preis er bezahlen musste. Seufzend öffnete er die Tür zu der WG und Sasuke sah ihn fragend an. Ich freue mich natürlich, mit zu dir ziehen zu können, aber ich war hier lange zu Hause, flüsterte Naruto leise. Und Sasuke nickte etwas. Er konnte schon verstehen, dass man sich hier sehr wohl fühlte. Aber als Hidan dann aus seinem Zimmer kam und die beiden ansah, wusste er, dass es besser war, hier zu verschwinden. Sofort machte er sich nämlich wieder an Sasuke ran und stellte sich neben ihn. Er legte seinen Arm um die Schultern des Ushias und Naruto knurrte leise. Lass deine Flossen von ihm hirn. Der zog du nur mit den Schultern und sah Naruto herausfordernd an. Wirst du jetzt auf einmal eifersüchtig, oder was? Wo wart ihr beiden eigentlich in der letzten Nacht? Könntest du mir das mal erzählen? Obwohl ich glaube, ich weiß, was ihr gemacht habt. Du hast wohl deinen Gewinn eingefordert, was? Naruto wurde blass und er ruderte ein wenig mit den Armen in der Luft herum. Halt deine Klappe, Hidan! Das hat damit überhaupt nichts zu tun! Ihm war klar, dass Sasuke ausrasten würde, wenn er mitbekam, dass er seine Jungfräulichkeit ersteigert hatte. Aber jetzt würde er ihm nicht mehr drum herum kommen, denn Sasuke wollte offenbar mehr wissen. Worum geht's denn hier? murmelte Sasuke leise und stupste Hidan ein wenig an. Wovon redest du bitte? Hidan grinste breit und musterte Sasuke ein wenig. Als er einen Knutschfleck an seinem Hals sah, wurde sein Grinsen noch eine Nummer breiter und Sasuke fragte sich für einen Moment, ob er wohl gleich seine eigenen Ohren verschlucken würde. Aber was dann kam, hätte er wirklich niemals erfahren wollen. Weißt du, hier war ja im Grunde jeder hinter deinem Arsch her. Aus dem Grund haben wir angefangen, deinen kleinen Hintern zu versteigern und Naruto hat den höchsten Betrag gezahlt. Da konnte dann selbst ich irgendwann nicht mehr mithalten. Er hat deine Jungfräulichkeit ersteigert und offen gewonnen und wie mir scheint, hat er seinen Gewinn auch schon eingefordert. Jetzt dürfen wir uns aber auch wieder an dich ranmachen. Und auch wenn du keine Jungfrau mehr bist, heißt das nicht, dass ich dich nicht ins Bett kriegen will. Sasuke wurde blass und für einen Moment setzte sein Herz aus. Bis eben hatte er wirklich noch an die große Liebe geglaubt. Aber das war vorbei. Hatte Naruto nur mit ihm geschlafen, weil er das ersteigert hatte? Waren da überhaupt Gefühle im Spiel gewesen? Hatte er ihn nur flachlegen wollen? Ein wenig abwesend schüttelte Sasuke den Kopf und er hatte das Gefühl, als würde ihm mit einem Mal richtig schlecht werden. Er war blasser als sonst. Und Naruto machte sich Sorgen um ihn. Sanft blickte er seine Hand auf Sasukes Schulter und er sah ihn flehend an. Ich habe doch gestern gar nicht mehr an dieses dumme Spiel gedacht. Glaub mir, Sasuke, das, was gestern Nacht passiert ist, hat damit überhaupt nichts zu tun. Doch Sasuke wollte davon nichts mehr hören. Naruto hatte ihn so sehr verletzt und er konnte sich auch einfach nicht vorstellen, dass Hidan das nur so gesagt haben sollte. Im Grunde hatte Naruto ja nicht mal abgestritten, dass es diese Versteigerung gegeben hatte. Wütend schlug er die Hand des Uzumakis weg und sah ihn funkelnd an. Lass mich in Ruhe, klar, fauchte er ihn an, denn er hatte sich noch nie so verkauft gefühlt. Ohne noch auf Narutos Erklärung zu hören, drehte er sich um und stürmte aus dem Haus. Er wollte nur noch weg von Naruto, denn ihm war gerade schrecklich schlecht. Naruto sah ihm traurig nach und ließ die Schultern hängen. Dagegen grinste Hidan noch immer und verschränkte die Arme vor der Brust. Tja, da gab's wohl Ärger im Paradies, was? Hätte ich dir gleich sagen können, dass der Kleine nichts für dich ist? Naruto sah ihn wütend an. Was weißt du denn schon von Gefühlen? keifte er und nahm die Beine in die Hand, um hinter Sasuke herzukommen. So einfach würde er ihn nicht gehen lassen.